Moin Leute was geht herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinen Kanal und heute gibt es tatsächlich mal Minecraft Leute ich dachte mir einfach mal so random ja ey komm mal abwechslungsweise mäßig Dingensbums bringe ich einfach mal hier ein Minecraft Video auf richtig unangehindernder Basis würde ich mal sagen ich spiele mal hier auf CubeCraft äh lol äh ja halt ein ganz normaler Server ähm sollte jeder kennen hier äh ja in der Bedrock Version äh gibt es ja natürlich auch in der Java falls ihr euch fragt warum ich nicht die Java zocke ich finde die Bedrock Version irgendwie besser ich weiß auch nicht warum ähm und ja dann würde ich sagen gehe ich hier einfach gleich in meine Runde und dann sind wir uns gleich in der Runde so ich bin jetzt hier in der Skywars Runde und alter ist das ungewohnt ewig kein Skywars mehr hier gezockt auf CubeCraft bin auch ein absoluter Minecraft Noob es wird auch noch ein Video kommen wo ich fort mit dem Maus und Tastatur zocke ähm alter Schwede werde ich jetzt hier auf den Sack bekommen ok es wird mit der OP losgespielt what the fuck nein scheiße Junge ich bin so lost ich muss erstmal mit dem Inventar natürlich sortieren ach Bruder er fast brüttet dich rüber du kleiner ey 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 dicker und dann sagen wir Leute dass Minecraft nicht das was schützeste Game ever sei haltet euer Maul wenn ihr sowas sagt wenn jemand sagt dass ein Fortnite ein Schützer als Minecraft ist er loogt einfach man sieht's dicker mittlerweile kann jeder fast brüttchen und bauen wie in Fortnite dicker die bauen hier gefühlt teilweise wie als ob man in Fortnite wäre so what the fuck das finde ich halt traurig an Minecraft aber natürlich ist Minecraft noch ein geiles Spiel muss ich natürlich so sagen Minecraft ist halt ne wird auch immer eigentlich ein legendes Spiel bleiben nur das rumgeschwitzt hat auch natürlich Fortnite gefickt und hat Minecraft eigentlich noch mehr gefickt wie Fortnite finde ich wobei bei Minecraft ist keine Sorge juckt weil sowieso jeder Minecraft Spieler gefühlt ein Sweater ist darf man mal abgesehen äh und ich will jetzt hier auch nicht die Minecraft Community haten aber die ist ein großer Teil davon ist schrotz klar es gibt auch einen großen Teil von der Fortnite Community der Schmutz ist das gibt's in jeder Community brauchen wir jetzt ja nicht rumhören äh Fortnite ok egal gar keinen Bock auf diesen äh auf diesen hier ne ich schieb den gänst hier bis schon ja ey 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 hallo alter was hat der für ein OP-Schwert oh digga Minecraft bringt mich einfach zu ausrasten oh mein Gott andere Map endlich mal scheiß auf diese Goldäpfel digga ich röste aus äh what the ach f*** doch dein Leben ey so schlimm war das vor zwei Jahren noch nicht digga das kann mir keiner sagen hey boah ey nein digga ist das schlimm digga dieses Spiel ist so schlimm das traurige ist die born teilweise achtmal schneller als ich hier oh mein gott hat einen goldapfel gefressen hey hey chill bruder ja okay hab halt ein absolutes op schwert ist das lächerlich also sky was lame geworden das ist so lame geworden digga einfach mehr glücksspiel als fordneid also kommt so unnormal auf die lute an digga das ist ja echt wirklich übrigens würde es mich sehr freuen wenn ihr den discord server in der beschreibung gerne abcheckt ist meiner und ja würde mich darüber freuen weil ich lustig auf jeden fall die die gar nie ist so wetter da heulen die bei fordneid alle rum ich bin gut hier auch bei vorn herum das verschwitzt ist aber die kann ich das hier sehe da habe ich alles gesehen alter ist das euer ernst ist das euer ernst ist der eklig junge alter spuck auf ihn alter guckt sein namen an spuck auf ihn halt dass das eklig scheiße hallo mal diese scheiß test er wollte nicht groß ach geil digga hey leute ich wills hier nächsten ich will nicht nur rum haten aber ich hätte nur rum ich kann nur grad nur rum haten weil es einfach nur eklig ist wie die hier spielen alter das ist doch nicht dicker wer hat denn so spielspaß also ich werde auf jeden fall kein minecraft skywars mehr als video bringen weil sehe ich nicht einen von solchen huren söhnen und ich betone es sind huren söhner okay ja rein hier in skywars ich habe mich jetzt auch hier verwurrt rediger so eine pp-gags ist schon mal gar nicht so schlecht nur zufälligerweise kann man hiermit gar eine stand von auf der map was wiederum einfach nur geil ist hier wird auch nicht so lange weil ja hier seht ihr warum einfach nur noch lächerlich wie er einfach verämt hat ja moin dass seine runde flogen scheiß drauf ey diese verbrennungsschwerter sind so erbärmlich alter so erbärmlich ist das ich kann mir diesen schmutz einfach nicht vergeben junge es ist echt so armselig was heute aus minecraft gewonnen ist verschwitzt als fortnight einfach nur noch dreck ist das ich ganz ehrlich viel spaß bei null würde ich jetzt über fortnight gehen und wird darauf die fresse kriegen so keine ahnung naja da kann man das irgendwie doch noch kommt mehr konversionen als minecraft digga junge dieses heiß hier auf meinem monitor ich hab prügelt diesen huren sohn alter verpiss dich doch vor meinem monitor drecks hier ich finde es auf einer seite echt mega traurig so wie verschwitzt die community ist weil echt digga da hat man doch einfach keinen bock mehr auf minecraft das ist einfach so außer die sweater halt ne ja digga das war doch drauf laber mich doch nicht zu ach komm her in gold dafür gefressen digga ja 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 ok ist ok ist ok dg hallo ne bevor ich hier komplett eskalieren muss ich jetzt einfach mal noch ähm digga was gibt es denn hier für modis big off ja ich finde es echt wie gesagt sehr schade wie verschwitzt das spiel geworden ist damals war es einfach viel besser also so vor zwei drei jahren das zu spielen war einfach so angenehm heute einfach ist es nicht mehr meins ich werde es auch nicht mehr bringen vielleicht survival games vielleicht noch mal mit jemand anders also im duo oder halt kann vielleicht auch mal hide and seek weil sowas macht teilweise eh noch bock weiter 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 Der hätte viel mehr HP als ich Digga, gesteilt, gesteilt Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Alter, muss ich mich ja fissen Oder hier Stuff Och Digga, leck, nein Okay, 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 übertreibt, übertreibt Ey, Leute, es ist einfach nur ganz, es ist einfach nur ganz armselig geworden, was aus Minecraft geworden ist Ich will jetzt hier auch nicht zu schlecht über Minecraft reden Aber es ist ja die Realität, der Multiplayer ist einfach unspielbar geworden Als normaler Durchschnittspieler oder als Noob Oder als Casual ist das Spiel einfach der größte Dreck geworden Und ja, war es mal, das war es jetzt hier mit dem, ich wollte mal wie gesagt Abwechslung bringen, aber Kann man vergessen, das Spiel Ich will jetzt hier mit dem, 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 ich will jetzt hier mit dem